Es ist immer interessant sich im Wahlkampf ja auch vermehrt mal unternehmisch anschauen zu können und hier habe ich eins gesehen was gerade auf dem Weg ist in die Digitalisierung. Die sind selber ich sag mal große Unterstützer für andere Unternehmen die in die Digitalisierung gehen. Jetzt sind sie daran ihre eigenen Prozesse umzustellen und das fand ich schon sehr interessant und ein Unternehmen was ich selbst als Hidden Champion bezeichne wo ich sagen muss so Hidden sind sie gar nicht mehr.